Musik Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem etwas traurigeren Video von mir, Lucia Dragon Mary. Wie ich schon am Anfang des Monats erwähnt habe, ist der Wookie eben an HH erkrankt, also Hinterhandslähmung. Und am 15.01. mussten wir ihn dann gehen lassen. Wäre es nicht so plötzlich passiert, also ungünstigerweise auch noch über das Silvesterwochenende, hätte man vielleicht noch was machen können. Aber am Dienstag, wo dann wieder alles offen war, weil Montag war ja noch Feiertag, war es dann leider schon zu spät. Da ist dann schon zu fortgeschritten gewesen. Ich hoffe euch hat das Video ein bisschen gefallen, dass unser lieber Wookie nie in Vergessenheit gerät. Und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Video. Musik 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 Musik